Diesmal kenn ich dich! Mua! Geschafft! Ja, und halt, Level 5. Ja, nein. Ehrlich. Der geht hoch und runter, oder? Okay, Moment. Ich hab ne Idee. Das heißt, ich muss den umstellen. Genau. Da spawned was! So, dann schiebt der mich jetzt rüber. Bei dem muss ich jetzt runter. Okay. Dann bin ich bei dem hier und den muss ich jetzt so rumstellen. Genau. Zack. Ich ahne Schreckliches. Okay. Genau. So, der ist aus, wa? Schalter 5 ist kaputt. Hm. Was bist du denn? Ventil Nummer 1 öffnen. Ablassen. Noch nicht. Ich will mal runter gucken. Erstmal. Okay. Also doch, ablassen. Okay. Runter, 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 runter. Ah. Ah, so. Okay. Diese gefährliche Flüssigkeit nennt sich im Übrigen Wasser. Für den Fall, dass man es noch nicht mitgekriegt hat. Okay, jetzt muss ich... irgendwie... Das geht immer noch nicht. Überfluten will ich es eigentlich nicht wieder. Das Ding kann jedenfalls noch runter. Warte mal. War da unten noch was? Oder war das vielleicht sogar für den Blauen hier? Nee. Warte nicht. Warte mal. War da unten noch was? Das ist für den da unten. Aber... Kann ich vielleicht... eine Abkürzung nehmen? Ich bin mir unsicher. Hm. Ach, scheiße. Dann kann ich auch den machen. Ehrlich. Dauert nur halb so lange. Dauert nur halb so lange. Verpiss dich. Okay, mit Misting. Ist hier unten vielleicht irgendwo eine Treppe? Ah, Tatsache. Na nun. Ach, geht doch. Okay. Sieht aus, als wenn ich da runterkommen würde. Enttäuscht aber. Okay. Na dann mal wieder hin da. Da geht's ganz runter. weiter. So. Hinten war ja, wie gesagt, eine Treppe. Na nun. Hallo. Geht doch. Nicht nur Schwert schwingen. So. Plom, 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 plom. Und hoch da. So. Plom, plom, plom. Und hoch da. Mal. Klick. Also, klick. Ja. Und jetzt da rüber. Okay. Ja. Der ist noch richtig eingestellt. Mit dem fahre ich jetzt runter. Jawoll. So, mit dem kann ich jetzt runtergehen. Oder auch nicht. Was geht denn hier Phase, ey? Ist der Weiße. Wir könnten da rüber. Fängt er springen eventuell? Hm. Ich würde sagen, der blaue muss runter, aber... Nee. Das verstehe ich jetzt nicht. Vor allem, weil der da drüben kaputt... Moment. Habe ich da etwa gerade eine Idee? Nein! Jetzt aber! Ich weiß, dass der kaputt ist. Ach, Mann, ey. Hätte der klappen können. Wenn ich den aktiv bekommen hätte, dann... ...hätte ich den hier wahrscheinlich nach unten steuern können. Scheiße. Ach, scheiße, Mann. Ach, Quatsch. Oh, 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 oh. Hizuna, was machst du denn? Du bist doch saudämlich. Meine Fresse. Aua. So. Tot. Tot. Ach Gott. Ach Gott. Ach, Herr Zoll. Oh, noch der. Okay, ich nehm doch ne Abkürzung. Komm mal her, Cookie. Nee doch. Okay. Okay. Was macht der denn hier nochmal? Die Tür ist offen. Achso, okay, Tür. Der macht nichts weiter. Es muss doch ne Möglichkeit geben, da runterzukommen. Hä, Mann. Da unten ist ne Treppe. Hm. Es gibt nichts vom Mittisch. Hm. Es gibt nichts vom Mittisch. Hm. Ähm, ja, oder auch nicht. Ähm, ja. Ach, scheiße Treffer. Ha, okay. Ich komme einfach nicht drauf. Ich überlege jetzt gerade noch, aber ich komme einfach nicht drauf. Hm. Naja, versuchen wir das mal. Ich verstehe das nicht. Wo muss ich denn da lang? Hm. Ich bin wahrscheinlich einfach nur... Achso. Ich bin wahrscheinlich einfach nur wieder zu doof. Und höchstwahrscheinlich einfach nur wieder zu blind. So wie ich mich kenne. Ups. Ach, Mann, ey. Ich muss sowieso gleich mal wieder ne Pause machen. Wir sind bei knapp einer Stunde, sonst wird der Kram hier wieder asynchron. Das muss ja nun auch nicht sein. Hm. So. Ich kann da zwar mehr oder minder runter, aber... Ich verstehe nicht. Ach, egal. Ich mache erstmal ne kleine Aufnahmepause. Geht ja gleich weiter, mehr oder minder. Muss ja nur die Dateien schnell verschieben und dann passt das alles schon. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bin sofort wieder da. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.